Willkommen zurück bei Star Wars, The Force Unlashed, wo ich beim letzten Mal in eine Falle geraten bin und jetzt, wenn ich hier rausgehe, wird es sofort heftige Kämpfe geben. Ich bin in einem Energiefeld eingesperrt und nach dem Intro sterben ein paar Feinder. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Zerstört ihn und diese Lasertore sollten fallen. Grrr! 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 Ar辺, Grrr! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da bin ich hergekommen Da geht's weiter, okay Ein Aufstieg, ja Guck mal, hier sind überall Videoüberwachungsmonitore, schön Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist kein Energieding drin Okay Da ist kein Durchgang Und den hätte ich mir holen können Und dann geht's weiter, okay Und dann geht's weiter, okay Uh-huh. Uh-huh. Ah, ein Doppelsprung. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah, das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und da kommt der erste Gegner, der mir schon mal richtig Probleme macht. Okay, ich habe ihn. Okay, ich habe ihn. Okay. Okay. Interessant, wie hier alles zusammen klappt. So, jetzt hier oben noch was gegeben. Ja, natürlich gibt es da oben noch was. Okay. 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 Um... Uh... Okay. Okay. 妳 Ich brauche hier Verstärkung. So, sehr schön. Wie kommt man denn jetzt da oben hoch? So, sehr schön. 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 Ey, was ist das denn? So, warum komme ich da oben nicht hoch? Das ist doch jetzt wieder meine Verarsche, oder? So, okay. 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 Ich könnte noch was versuchen. Ich könnte noch was versuchen. Ich könnte noch was versuchen. Das müsste doch etwas mit den beiden Fügel zu tun haben. Die man hier frei bewegen kann, oder? Oder nicht? Doch. Ich könnte noch was versuchen. Ich könnte noch was versuchen. So, jetzt vielleicht. Ja, Ausdauer wird manchmal belohnt. Ein Rätsel gelöst. Sehr schön. Ich könnte noch was versuchen. 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 Da ist ein Weg eingezeichnet, wo keiner ist. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ich könnte noch was versuchen. 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 Ich könnte jetzt noch was développement. Du kannst noch us cada mit 2019 Euro. Das ist ja praktisch. Hier gibt es hier viele. Sis. Wurf. Wurf. Y. Plus b. Gleichzeitig. Das war's für heute. 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 Mmh. Das war's für heute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter bei Star Wars The Force Unlashed, die unbegrenzte Macht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.